Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In diesem Video lernen wir die Ayat Bei der ersten Ayat müssen wir zunächst den Mad beim Wort Sama berücksichtigen. Bei In-Fa-Tarat sind drei Sachen zu beachten. Zunächst einmal der Ikhfa. Wir bereiten den Ausgang des Fas vor. Als zweites achten wir auf das helle Fa, dem ein dunkles Ta und Ra folgt. Und zum Schluss achten wir auf den Hemds beim Ta. At-In-Fa-Tarat Ich möchte nun, dass du mir dreimal zuhörst und im Anschluss daran mit mir gemeinsam die Ayat dreimal rezitierst. In-Fa-Tarat Jetzt gemeinsam Die Aya ist nicht schwer Wir denken an den Mad Und bei haben wir einen Wir bereiten den Ausgang des vor und achten auf dass nach dem ein kommt Nun lese ich die Aya dreimal vor und ich möchte dass du nach jedem Mal nachliest Nun gemeinsam mit mir mit Beide Aya Achten wir darauf dass das hell ist Und das Ra dunkel Wir sagen nicht sondern Und bei achten wir auf die Schadda beim Jim Die Zungenmitte klebt am Gaumen das Ra ist dunkel Ich lese vor und du lese nach Die Zungenmitte Die Zungenmitte Lass uns nun zum Abschluss diese drei Ayat gemeinsam im Chor rezitieren. Auf geht's! Okay, mal? Eidha ssamau fattarat, waidha lkwaakibu antatharat, waidha lbihar fujjirat. It's a smile. Eidha ssamau fattarat, waidha lkwaakibu antatharat, waidha lbihar fujjirat. Wa laqad yassarnal qur'an lizzikri fahal min muddakir. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020